und hallo und herzlich willkommen leute zum kürzesten guide video den ich jemals gedreht habe hier wenn ihr im dlc also wenn ihr das assassin's creed valhalla dlc habt das neue kampf der druiden und ihr seid noch nicht so weit also zumindest noch nicht so weit genug dass ihr diesen handelsposten hier gemacht habt art loaien ich konnte mich nämlich dorthin teleportieren ohne dass ich es eingenommen habe das und das kann man eigentlich nicht da steht extra darauf teleportieren nicht möglich und ich konnte es trotzdem tun ich denke mal dass es sich hierbei um einen bug handelt und wenn es bei euch auch klappen sollte nutzt es auf jeden fall aus und nimmt es ein und das war es auch schon wenn es bei euch funktioniert hat schreibt in die kommentare und ansonsten bis zum nächsten video haut rein